Asche auf mein Haupt Diese Redensart bezieht sich auf einen Brauch, der im Altertum in der Antike in verschiedenen Kulturen üblich war. Nach einer verlorenen Schlacht oder in Zeiten der Trauer streuten sich Menschen Asche auf ihren Kopf und ihre Kleidung, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Auch die Bibel berichtet immer wieder davon. Tama, eine Tochter Davids, streut sich aus Wut und Trauer Asche auf ihrem Kopf. Und der Prophet Daniel sagt einmal, Ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Die Asche als Zeichen der Umkehr und der Buße kennen wir auch, wenn nämlich einmal im Jahr an Aschermittwoch, also zu Beginn der vorösterlichen Fastenzeit, uns ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet wird, als Zeichen unserer Vergänglichkeit und Buße. In Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen ist das natürlich nicht so ganz einfach. Deswegen wird in diesem Jahr nur ein wenig Asche auf den Kopf gestreut. Übrigens ist das in vielen anderen Ländern ohnehin so üblich. Auf diesem Bild sehen Sie zum Beispiel unseren Pater Manuel während seiner Zeit in Rom, wie ihm der damalige Papst, Benedikt XVI., am Aschermittwoch kein Aschekreuz auf die Stirn zeichnet, sondern Asche auf den Kopf streut. So ist es bis heute üblich in Rom. Und was in Rom geht, das geht natürlich auch hier. So bekommen auch wir in diesem besonderen Jahr zu Beginn der Fastenzeit ein wenig Asche aufs Haupt, damit wir uns neu auf Gott hin ausrichten.